Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute ein ganz wichtiges Thema, sowohl bei uns hier in der Kreisverwaltung, aber auch in den Unternehmen im Kreis Mettmann. Und es ist sehr schön zu sehen, dass sich eine ganze Reihe von Unternehmen besonders intensiv dieser Vereinbarkeit widmen. Das heißt, sie mühen sich damit, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, in die Arbeit integriert, gute Möglichkeiten haben, sich auch um ihre Familien zu kümmern. Es freut mich sehr, dass im Kreis Mettmann neun Betriebe ausgezeichnet werden können, weil sie besonders innovativ darin waren, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier haben also die IHK und das Kompetenzzentrum Frau und Beruf die Zertifizierung vorgenommen, haben in der Jury also diese Unternehmen ausgewählt, hier ausgezeichnet arbeiten, so heißt das Zertifikat. Und ich denke, das ist in den heutigen Zeiten auch ein wichtiger Punkt, um konkurrenzfähig zu sein, um auch die Aufmerksamkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu gewinnen und somit gutes Fachpersonal für die jeweilige Firma auch zu requirieren. Ich gratuliere sehr herzlich und wünsche mir, dass von diesen Betrieben ja ein Vorbild ausgeht für viele andere, die sich auch mit dieser Thematik befassen. Vielen Dank.